Unbeschwert können diese Pandas im chinesischen Chengdu spielen. Sie hatten Glück und überlebten das schwere Erdbeben vor einem Jahr. Andere Panda-Zentren wurden schwer beschädigt. Das in Chengdu kam mit geringen Schäden davon. Trotzdem gibt es Grund zur Sorge. Das Beben hatte starke Auswirkungen auf die Pandas. Wir mussten große Anstrengungen unternehmen, um die laufenden Kosten decken zu können. Trotzdem hatten wir ein Rekordjahr. Der Rekord? Das sind 18 Neugeborene. Nie zuvor gab es hier so viel Nachwuchs. Und selbst im Weltmaßstab ist dies eine gute Nachricht. Laut Schätzungen leben nur noch 1200 Pandas in freier Wildbahn und weniger als 300 in Gefangenschaft. Der Babyboom freut die Menschen gerade in China. Sie sind wie unsere Babys. Alle Chinesen lieben Pandas. Viel Nachwuchs bedeutet aber auch mehr Probleme. Pandas ernähren sich vor allem von Bambus. Doch die Anbaugebiete wurden durch das Beben verwüstet. Das Essen ist knapp. Das bedeutet für uns höhere Kosten. Außerdem liegt der Tourismus am Boden. Daher haben wir starke Einbußen beim Kartenverkauf. Die Finanzlage ist ziemlich angespannt. Die symbolträchtigen Tiere haben das Beben überlebt. Nun müssen sie auch die Wirtschaftskrise überstehen. Mit der ihnen eigenen Gemütsruhe. Musik Wie auch hier haben wir keine Gemeinschaft. Wohl ist man beschämt, einfach mal auf Keine Entonces muss man sagen, auf真的是 Lösungen, dass wir ihnen schühen lassen haben. Dann кор knapp der Feuer, De Therein nehmen sie zu何 enca政治 damaged. Ein filliges in der button ist. Auf dieddreams, die Game Einbräten sind einer g watercolor und eine Lude. ��는 Gange, geht wird portfolgen. Untertitelung des ZDF, 2020